herzlich willkommen zu einer weitere folge auf der karte ja genau noch frise marsch wir werden erstarbeiten nach dem denkung wieder mal aktiviert haben und die aktivierter oder abfahrt funktioniert eigentlich wollten wir uns für stroh einen großen sammelbarn kaufen und dann automatisch verkaufen beziehungsweise stroh erstmal ins lager fahren und das geht irgendwie schneller dann können wir massiv voll loslegen und vom lager aus verkaufen das geld müsste für reichen mehr weizen viel weizen verkaufen mal wieder reparieren keine eier gefunden wo sollen die seiten mal wieder hin auch schon viele hauptsache dass man keine dumme neue methode ist ja da vorne mähen hinten bald pressen drei prozent mehr und die wiesen sollen geflügt werden noch grün grün gleich entleeren hat der lkw steht vorhin nicht genug da ist 300 17 gab es mal ein schönes mod, der hat uns Kilo angeseichnet konnte man auch umrechnen lassen Kilo und Tonnen ja, einfahren gut, dann werden wir mal das schneidwerk herrichten ausklappen die andere werden wir wieder einpacken meines wüssten ist noch nichts reif glaube ich habe Wischgeteile angesehen mal kurz schauen da hätte ich kalken müssen reife lang nichts feldfrüchte blau dinkel hirse und trikal die drei sorten und das ist noch nicht reif das ist könnte heute was werden also Schwerpunkt Stroh einbringen und dann kann er mit lkw verkaufen auch praktisch so jetzt muss man ihn nur so hinpacken dass er nicht im weg steht so hier geht ganz gut kurz Kontrolle ja das macht er ganz gut dann können wir gleich auf die andere Wiese gehen wenn er hier fertig ist Molzen Zeit nix lkw 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 klassen weizen achso weizen hab ich nicht die Idee gemacht habe ich nicht die Idee gemacht ja blöd nix ja da war bei jene Den könnte ich Stroh einpressen. So. Entlassen. Klingt nur so hart entlassen. Ich weiß nicht was. Das wird besser. Das Spiel. Noch weniger Verluste. In der Aufnahme. Ganz kurz entladen. Hänger wegstellen. Den Kurs kann man nicht lassen. Müsste man nur umdeklarieren. Gut. Oder auch nicht. Mal sehen. Ganz rechts hinstellen. Hängen wir aus. Ups. Tanken werden wir mal. Tanken. Geld. Kosten. Super. Das gefällt mir. So. Ich wollte was kaufen. Und zwar. Irgendwas verkaufen. Weil ich habe hier zwar überall da. Aber der ist so klein. Der ist so klein. Und dann kriegen wir noch gutes Geld. Dann kaufen wir uns einen etwas größeren. Das soll sich auch lohnen. Etwas größer. Der. Da geht rein. 43. Noch zu wenig. Krone. 56. Das ist schon mal nicht schlecht. Häckselgut. Silage. Stroh. Gras. Reu. Der hat mehr. 240 PS. Die haben sie alle. Bis auf einer. Der hat es auch. Standard. Aufbau. Geht noch mehr rein. Aufbau. Kann man mal erkennen. Achso. Kostpunkt. Haben wir. Das ist ein Lkw. Die. Die müssen wir noch mal kennenlernen? So. Was ist ein Lattermark? ah da steht das gutes stück alles für das große konto 1 aber später noch rocken und hirve viel stro kann man verkaufen ich habe ein Ende ganz kurz schauen und zwar als erstes in diesem Modus dann hängen wir noch einen Kurs an ab fahrer auf fahrer klappt ich glaube es sind drei Kurs oder das geht nicht ja und der Weltmeins wir gehen auch gleich das kann man auch hin jetzt hängen wir noch einen Kurs an und zwar lasse ich mal anfangen vorne ob es da fährt nicht ein Sau passt taktlos heilen hängen auch noch wieder neu das ist okay gut schnell waschen jetzt kommt da der Rost die Farbe ist vorne weg wahnsinn wer hat denn so eingesaut wer hat denn so eingesaut